Die Zug fährt hier an die Station Unterhimmel herein, mit einer großen Rauchwolke kommt der Zug durch herein. Herbert, schau her ein bisschen. Der Christkinderzug in die Station Unterhimmel. Das war der erste Zug. Herbert Gutenbrunner, was sagst du dazu? Ja, riechst du das jetzt? Das war der richtige alte Zug, so wie vor 100 Jahren.